GPT, Generative Pre-Train Transformer, zu Deutsch, generierender vorab trainierter Transformer, ist eine Familie von Sprachmodellen auf Basis von künstlicher Intelligenz, die für eine Vielzahl von natürlichsprachlichen Aufgaben eingesetzt werden können. Diese Modelle verwenden eine spezielle Form des maschinellen Lernens, die als Transformers bezeichnet wird, um große Mengen an Textdaten zu analysieren und zu lernen, wie man auf natürliche Weise Text generiert und versteht. GPT-Modelle haben in den letzten Jahren beträchtliche Fortschritte erzielt und sind in der Lage, beeindruckend menschenähnliche Texte zu erzeugen. Sie werden häufig zur Erstellung von Chatbots, Textgenerierung und Spracherkennung eingesetzt und finden auch in der Automatisierung von Textverarbeitungsaufgaben Anwendung. Obwohl GPT-Modelle sehr leistungsfähig sind, haben sie auch ihre Grenzen. Zum Beispiel können sie aufgrund ihrer Fähigkeit zur Generierung von Text auch zur Erstellung von Fälschungen und Missbrauch verwendet werden. Daher wird die Entwicklung von GPT-Modellen von vielen Experten mit Vorsicht betrachtet und es wird betont, dass ihre Verwendung ethischen Standards und Richtlinien folgen sollte. Ich hoffe, dass dieses Video dazu beigetragen hat, ihre Fragen zu GPT zu beantworten. Mit freundlichen Grüßen von GPT 5 und Jörg-Obe Schneppert Ich hoffe, dass sie aufgrund ihrer Fähigkeit zur Erstellung von GPT-Modellen sind.